Der 30.10. Was ist denn das für ein Tag? Ach stimmt, ein Freund von mir hat Geburtstag. Ja gut, das auch. Sondern nicht nur das, sondern auch, mein Kanal wird zwei Jahre alt. Das ist halt echt nicht zu glauben, mein Kanal gibt es jetzt schon seit zwei Jahren. Letztes Jahr habe ich es verkackt, indem ich halt von der Zeit mich nicht gut vorbereitet habe. Und stattdessen habe ich einen Instagram-Post gemacht. Und das war ein Fehler. Ich möchte es wieder gut machen, indem ich von diesem Jahr her, also zu sagen vom 30.10.2019 bis zum 30.10.2020 die Videos nehme und nicht alle, aber die besten Szenen reinpacke als Erinnerung. Dabei haben wir ja einiges hier erreicht. Zum einen die 100 Abonnenten, yay. Und das allererste Video mit Lars Gaming. Natürlich haben wir einiges mehr erreicht. Der Start von CanXCraft. Wir haben New Super Mario Bros. Studio Deluxe beendet innerhalb von einem Jahr. Aber wir haben das zumindest beendet. Und der Kanal kommt trotzdem noch weiter. Vor allem ist natürlich auch was Großes passiert, nämlich zu dem Thema ATTV. Wir haben einen Fan ergattert. Das ist nämlich der gute Adi. Zum Glück lebt er noch. Er hat es bewiesen, indem er beim Stream von Last Gaming war und sich kurz bei Discord gemeldet hat. Na gut, auf jeden Fall bedanke ich mich an alle, die mich unterstützt haben und diesen Kanal abonniert haben, als auch die Videos angesehen haben. Auf jeden Fall ein großes Dankeschön an alle. Und ich habe jetzt gedacht, ich tue jetzt einfach die besten Szenen natürlich in einem Video zusammenpacken. Also die besten Szenen zusammenpacken. Ich mag natürlich alle meine Videos, aber ich sage mal so, dass natürlich nicht alles reinpasst, weil einige haben nicht so tolle Zähne. Also ich meine halt, die sind nicht scheiße, aber ich meine, die haben halt nicht so einen großen Wert wie die anderen, sage ich mal so. Und als Erinnerung natürlich. Und vielleicht habt ihr ja ein paar Stellen verpasst, weil dann habt ihr meine Videos nicht richtig ganz angesehen. Auf jeden Fall möchte ich am Ende noch, also am Ende des Videos, ein Mini-Outro-Compilation hinzufügen. Sag ich mal so, die Outros, die ich am besten fand, also die ich am meisten gefeiert habe. Auf jeden Fall, wünsche ich genau. Auf jeden Fall möchte ich mich nochmal bedanken an alle und viel Spaß mit diesem 2-Jahre-Special-Video mit den ganzen tollen Szenen. Viel Spaß! Ja, gut, dann hier. Was ist das Wichtigste für mich? Okay, es ist am wenigsten nicht der andere. Ich hab auch die... Was guckt ihr mich so an? Das ist einfach echt unfair. Ich schwör, das ist einfach unfair. Ernsthaft? Binst du sicher? Das ist nicht euer Ernst! Hä? Wie? Wie? Vor allem, wie kommst du ganz kleine Knirr? Hört so ein Riesenbar an! Wie? Weiter, weiter! Was? Was? Was hab ich denen auch noch geholfen? Hä? Okay, wenigstens wurde ich nicht getroffen. Ich bin jetzt auch noch nicht getroffen! Ruf... Ah! Ich einfach mal... ...schwimmst nne... ...proteine? Schwillst nne... Ich schwimmst wieder zu Hunger! die gelbe tut und dann wird er sie auch noch weg irgendwas ist mit meiner lippe los sie sind nicht trocken oder so trocken ist mir egal mich hier das beste im internet mit o2 für mehr o in deinem leben ja letztes leben ihr seid scheiß wie her ich hasse viele aber die so sehr weil ich jetzt keine brostblumen mehr habe und ich kriege es gleich weitermachen einfach weitermachen und nicht ausrasten nein nein ich schaue nur auf den pilz und sterbe leider nicht aber ich nehme es mal ich nehme ein paar mädchen also da wo kleber und so sind werden wir es überhaupt zur nächsten welt schaffen das ist hier die frage leute das ist echt die frage die frage 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 was hier die frage 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 du scheiß rennvieh nein das war dumm von mir hier das war zu spät das war zu spät da ich werde nicht damit werfen ich werde nicht damit werfen ok doch ich muss werfen ich habe sie noch geschlagen habt ihr es gewählt auf youtube zu schauen schon mal eine sehr gute leistung da mache ich meine hände in die hölle gleich kaputt da mich juckt es am ganzen körper kannst du mir das nicht mal ansehen klar doch gar nicht ansehen ähm das kommentiere ich mal nicht das kommentiere ich erst recht nicht was ich gerade gesagt habe wir haben uns gerade erst kennengelernt mal und auch nur ein b-kostüm an mit flügeln aber direkt ein heiratsantrag ist das etwa ok mit einfach durch durchgepackt oh habe ich den kind getötet oh verstanden ja er hat mich verschaffen jetzt bin ich stolz ich hätte mir das schaden gemacht hätte mir das schaden gemacht als einzig guter ein sehr relativ man kann hier echt viel sternstock fahren so ziemlich einzige die sieht man das auf jeden fall werden wir jetzt von hier eine fette abgötung benutzen ich oh nein auf jeden fall werden wir jetzt von hier eine fette abgötung benutzen jetzt warten weiter laufen ich frage mich was daran so schwer war ich glaube daran war nicht so schwer nur meine dummheit wahr hatte ich ja die schuldigkeit bestimmt nicht hab eben schon genug diese jetzt schau einfach aus sie ok gab es nicht geschafft ist das ist das war echt kacke vor mir gespielt ich bin ja ehrlich na egal was man hat doch genug zu haben um den stern zu holen nein nein unentschieden wer hat hier die flasche ich hab die flasche ihr flaschen ok ich hab's geschafft leute ich hab's endlich geschafft endlich leute man nach langer zeit nimmt ein teenager wieder ein gameplay jedoch fragt sich jeder welche spiel wird gespielt in welches wird er sich begeben nun die antwort kommt jetzt ich bin wie der mario karte bruder was ist hier bitte los nur noch panzer und bananenschein und panzer bananenschein bis dir einige denken wenn das internet abgeschaltet ist das schlimmste nein mario karte ist viel schlimmer friss rachel es wär jetzt schon geil wenn ich auch diese und ich war neunter glaube ich und hatte vier pilze wieso kommt mir bei diesen bumarangs weil jedes mal entweder diese scheiß pinguine oder dieses scheiß ausroschen da bin ich immer gegen einen berg oder also gegen den berg da sie möchte jetzt jetzt gegen baby luigi ok das ist ein bisschen ich bin froh was soll das jetzt weiß ich noch wie ich mich als kleines kind gefühlt habe genauso wie jetzt eine riese eine riese ja komm alter kann ich doch was werden mario karte ist lebe auf jeden fall wünsche ich auf jeden fall dann noch viel spaß mit dem video ps ich habe last gaming richtig zerstört halt schmau jungen yes yes ja ich bin hier betrug yes yes was mache ich da mit meinen händen was kann man erster platz dann kann ich ich hatte gerade einen goldpilz digger uhu blaue panzer unterwegs nein 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 oh das ist das ist lächerlich das könnte jetzt SO genau traps ja nicht ka 12 15 15 Der Bombenfrank hat funktioniert! Approved! Nein! Nein! Bitte! Bitte! Ja! Ja! Nein! Wie? Halt alle mich auf einmal auf! Nein, ich hätte dich fast getroffen! Nein! Wieso? Hey! Wieso holen die mich immer ein? Ich tanze in den Käse! Nein! Was hast du getan? Ich bin gegen die Wand gefahren! Schon wieder! Nein! Ich bin gegen den Zaun gefahren! Schon wieder! Ich hab einen Pilz! Nein! Ich hasse dich! Und was hab ich bitte? Eine Super Hupe! Was? Der hat es nicht gemacht! Ey! Der hat es nicht gemacht! Du hast es zu früh gemacht wahrscheinlich! Es ist zwar scheiß Wetter, aber mit Jux! Adi ist genauso scheiße wie das Wetter! So, wir sind jetzt auf dem Basketballplatz mit dem scheiß Wetter und Adis hässlichen Gesicht! Wir schauen jetzt mal, ob ich den Kopf mit ihm treffen kann! Ich hoffe, du klappst! Tja, Adis Gesicht ist zwar kaputt gegangen, aber ich bin die Macht von ATINATOR! Wie sieht deine Daily Routine während der Quarantäne aus? Also erstens, danke für den Fehler! Klug scheiße! Nein! Spaß! Und zweitens, meine Daily Routine während der Quarantäne ist kompliziert zu erklären, aber ich versuch's mal euch genau zu erklären! ATINATORs Daily Routine während Corona! ATINATOR wacht erst mal auf und tut so, als wäre er voll müde und möchte erst mal anfangen, auf seinen Schreibtisch zu gehen! Er geht auch dorthin und möchte etwas zocken, jedoch merkt er, dass er überhaupt nicht weiß, was er zocken möchte und rastet erst mal vollkommen aus! Dann hat er nach Stunden überlegt, was er zocken möchte und wechselt immer alle 5 Minuten das Spiel! Danach geht er aber aufs Bett und schläft mit seinem Controller und tut so, als wäre er voll müde! Ende! Sir Leeshoe fragt, welcher Berg war vor der Entdeckung des Mount Everest der größte auf der Erde? Also, ich weiß es! Es ist nämlich der geheime Berg von Controller Zerstöreus! Anscheinend ist schon wieder ein Controller draufgegangen! Das bedeutet, dass ATTV 9 noch länger dauern wird! Passe! Ich zeige euch jetzt nun, wie ihr guten Dalat backen könnt! Dafür braucht ihr folgende Zutaten! Eine Nintendo Switch! Eine Fernsehfernbedienung! Ein Rockstar Energy Drink! Und Adis Gesicht! Hm, mal sehen wie es wird! Ich werde verlaxt! Du bist ja ein toller Freund! Ich weiß! Es gibt jetzt nun den ATINATOR Merch, den ihr für 100 Euro pro T-Shirt bekommen könnt! Unter dieser Website findet ihr zwei verschiedene T-Shirts, die schon vorbereitet wurden! Es ist nämlich der HHHH MERCH! Schaut halt interessant aus! Vor allem, weil da halt hier so, so Viecher und so zu sehen sind! Hihihi! Nein, nicht schon! An welchem Punkt ist der Mensch angekommen? Ich hoffe mal, dass wir diese Runde gewinnen. Also das ist halt die Frage, ob wir in dieser Runde überhaupt gewinnen. Das ist hier die Frage, Leute. Das ist echt die Frage. Ob wir in dieser Runde überhaupt gewinnen. Ich liebe diesen Song. Oh shit. Bombenprank. Dieser Bombenprank war böse. Ich habe da gedacht, wird Lars Gaming halt richtig, richtig wütend auf mich sein. Also ich glaube, er ist nicht so stark ausgerastet, wie man denkt. Die haben einfach gewonnen durch Betrug. Was soll man da machen? Ich hoffe, ich habe ihn nicht verbunden. Oh, wir sind bei der Manta Maria. Auch anders gesagt, wir sind auf dem Boot. Na ja, ein Schiff, um genau zu sein. Wow, das hat ja aber lang gedauert. Weißt du, wie lange ich hier brauche? Ja, keine fünf Sekunden. Du warst nämlich in meinem Wohnzimmer. Alles mal gespielen. Gut. Ja man, zumal. Höh! Was ist bei dir passiert? Hä? Hä? Dritter? Ich bin zweiter! Oh mein Gott. Es wird jetzt... Dritter? Hä? Als ob du zweiter wurdest. Oh, jetzt bin ich achter. Oh mein Gott. Das ist Emilek Crossing Dorf. Ich bin ein Baumstamm, Alter. Oh, Leute, ich bin erster. Wat? Martin, das ist ja safe an Suchten. Haben wir zufällig davor was genommen oder so? Sie erst kurzfristig draußen waren und ich bin... Oh, ich hab einen Sniper-Shot gemacht! Ich meine, geht in dein Zimmer und tut euch weh. Okay, ich bin da nie für mich. Bobbenprank! Yes, Rosalie, sind wir getroffen! Der Bobbenprank hat mich auseinandergenommen. Also, fürs Erste läuft mein Let's Play irgendwie ein bisschen gut auch. Hey, that stupid piece of shit! Jetzt torchten wir mal den Atinator. Das schmeckt echt gut. Guten Tag! Auf Servus in Bayern. Ich bin da Cheap Cheaps. Und ich hasse Tartacan. Und ich hasse auch Atinator. Und ich hasse einfach diese blöden Brustblumen. Brustblumen. Und ich hasse Cheap Cheaps. Wie klingt das ein bisschen verrückt? Ha! Ausgemischen! Ha! 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 Lach nicht so behämmert. Ha! 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 Okay, komm! Der letzte Treffer! Du Arsch! Ich hasse dich! Das ist mir scheißegal, du kleiner Bastard! Ich töte dich! Barsch! Ja, das seht ihr richtig! Ich hab jetzt mich gefreut! Na und? Noch einer! Und noch einer! Und noch einer! Kommt noch einer! Was? Was ist das? Was? Was? Flaschen sind noch hier! Aber, ähm... Dann hab ich rausgefunden. Das war... Hä? 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 Sackity-zack! Magie! Magie! Dreckshalter! Warum soll ich beim Warten zuschauen? Wer hat ne Runde gestartet? Hey Tiii! Ich überhole dich! Nein! Doch, ich hab' ich überholt! Ich hab' ich überholt! Ha! 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 I have a super Hupe! And killed the shell! Was lapp! Keine Zunge! Opo, guck jetzt hier! Was? 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 Ich bin... Geht die Sonne geblieben? Und da... Was kommt denn da? Äh! Nein! Flick rein! Flick rein! Ja! Schaff! Schaff! Ja! Ich hatte den! Ich habe den Haken! Ich habe den Haken! Ich habe den Haken! Ich habe den Haken! Und das wird ihn bekommen! Diese Sternwarte ist ein Döner und befreie die Dürren der von dort aus sichtbaren Shisha-Boss. Ey, Tilina, hat's Mord. Es gibt vielleicht eine Möglichkeit hier zu cheaten, aber ich mache einfach den allgemeinen Weg. Sag dich doch, dass man eben nicht cheaten kann. Ja, ich mache es einfach. Ich habe ja Kopfhörer auf und ich habe keine Ahnung, wie da mein Sound ist. Na gut, ich hasse das. Moment. Okay, starten wir. Okay. Ah, ich verstehe. Das ist nicht... Nur weil dieser scheiß Mistfeed dabei ist. Das ist langsam nicht mehr lustig. Was? 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 Das ist lächerlich. Das ist... Das ist lächerlich. Dazu kann ich nur insgesamt zu beiden Level etwas sagen. Finde ich witzig. Alter, spannender Kampf. Nein, das ist... Nein! Eine Fernbedienung ist ja auch noch da. Was kann das bedeuten? Okay. Hm, das war ja schwer, jetzt noch die letzten zwei zu erwischen. Hm, komisch. Spaß. Zum Glück geht hier der... Was? Wassalamualaikum Habibi, meine Brüder und Schwester im Islam. Willkommen hier auf ein neues Video bei uns, bei den Kennex hier. Heute machen wir Kennex-Kraft. Mit dabei ist mein Bruder Laskaming. Hi, hi. Was glaubt? Hier ist noch Atinator, der türkische Doggo. Ja, merhaba, ihr kleinen... Ach, nee, ich kann einfach es nicht. Ach so, dann komme ich halt mit. Keine Ahnung. Ja, Hölle-Explosion mit Atinator. Ja, ha, 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 ha. Hallo? Hallo? Wieso gehst du nicht an deinem iPhone? Ey, chill, Habibi. Oha, hola, 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 hola. Habibi, ruhig, bleib, beruhig. Ey, lass mit Habibi, ruhig. Hier, Gras, nimm Gras, dann ist alles... Nein, ich brauche einen Prank. Oha, ich habe mich Füße erschreckt. Oha, er schickt mich, er schickt mich. Alter, die Cheapen, Mann. Scheiße, ich habe nur ein Herz noch. Ich habe nur ein Herz. Warte, ich brauche schnell mein Bett. Ich mache hier meinen Spawnpoint, weil sie sterben. Ja, wir... Nein! 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 Du Hörer-Ton! Ja, okay, ich bin schon unten. Ich brauche kein Geld. Ich arbeite doch schon nächste Woche. Yay! Leute, ich habe gehört, ein Bombenprank kam. Bruder, muss los. Bruder, muss los. Bruder, was los? Wohin denn, meine Junggrossmutter fragt mich zu dumm. Ey, da hinten sind so Blumen und so drittiger Scheiß. Wenn ich weiter singe, bekomme ich ein Copyright-Claim von Julian Bam's Dober-Kanal. Ja, Leute, da warten wir mal in eine Runde. Atinato, ich sehe deinen Namen. Ist egal. Ja, wo ist los? Das Warten hat ein Ende. Alles meins. Mein Eil! Ich hätte jetzt was auf Verbindung drin gedrückt. Oh, ich würde mir so los gewesen, wenn das gemacht hätte. Magik, nicht Kamik. Man muss auf die offiziellen Fachbegriffe achten, Motherfucker. Ah, nee, ich mache es anders. Moment. Nein. Es weiß doch jeder, dass es Minekraft heißt und nicht Minecraft. Ihr müsst doch auf die offiziellen Fachbegriffe achten. Leute, da bin ich wieder Part 5, nee, Part 4. Brrrr. Part 4, Part 4-Ausnahme. Jo, Leute, willkommen zurück zu Part 5. Jo, Leute, willkommen zurück. Das war's. Dann ein Like da lassen. Abo da lassen. Log aktivieren. Feedback da lassen. Auf Wiedersehen. Lasst alle bitte ein Atenator und ein Like da. Hhhhh Lass alle bitte ein 18Nator und ein Like-Tap Abonniert mich Leider ja